So, die Nacht ist angebrochen, ja? So, und jetzt sind alle Leute immer noch unterwegs, ja, teilweise schon zum dritten Mal besoffen an einem Tag, ja? Und sind jetzt wieder unterwegs, und zwar hier, ja, in der, sagen wir mal, in der Kathedrale des Besaufens. Das ist die Kathedrale von Mallorca? Richtig, Megapark nennt sich das Ganze und da drin ist es mega gut. Aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Da wird nicht aus Gläsern getrunken. Joko, hör mir mal zu. Weißt, was die Leute da machen? Die trinken aus Eimern, ist das nicht verrückt? Wenn ich du wäre, Herr Häufer-Umlauf, würde ich jetzt da reingehen, zu den Leuten an den Tisch, den Eimern nehmen, ganz laut rufen, oh, da brennt's, da brennt's, dann löschen in irgendeine Richtung. Ernsthaft jetzt mal, das sind Schüler und Studenten, die hier die Zeit ihres Lebens haben wollen, und ich soll den ihr Gold da wegnehmen und sagen, hier... Verschwend nicht meine Zeit, geh einfach. Ich muss mir deinen... Du bist ein Unmensch. Ich muss mir deinen Rumsall badern, du musst dich mir gar nicht anhören. Wir können es auch mit dem Bierturm, können wir es auch löschen. Das ist aber nett von dir, dass ich auch einen Bierturm nehme. Ich muss noch ein Momentchen warten, ich muss ein Stückchen weg, sonst wird mir das jetzt auch nicht. Da wollen wir mal sehen, ob die gute Laune sich hält hier. Ach, die Scheiße, guck mal, da brennt's! Komm, wir hauen mal ab hier. Wir hauen ab! Das artet hier ein bisschen aus. Wir sollten jetzt besser gehen. Wenn hier ist was los. Die feiern alle wie wild. Aber ich hab so ein bisschen Sorge um unsere Jugend, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja schon was älter. Ich hab da was vorbereitet, von dem ich glaube, dass denen das besser gewählt. Das ist die Pirol Lüner, Episode 21, von Arnold Schöneberg. Das ist atonale Musik aus den 20er Jahren. Atonale Musik ist keine Musik. Atonale Musik ist Krach. Ja, aber einzigartig. Was ich sagen würde an dieser Stelle ist, wenn ich du wäre, würde ich die Jugend von heute mal an wirkliches Kulturgut heranführen, was sie musikalisch so noch nicht kannten. A.k.a. Du bist jetzt der DJ. Schopo. Vielen Dank. Die werden sich gleich wundern. Wieder alles im Licht. Auf dem sinkenden Schiff. Keine Panik. A-tonale Musik macht übrigens auch sehr aggressiv. Die interessieren sich gar nicht für Kunst. Das ist ja gut, ihr Säufer. Ihr wollt ein bisschen Kultur hier reinbringen, wenn ihr das nicht wollt, ne? Dann macht ihr wieder einen Sauberlauch. So, hier ist DJ Ötzi hier. Ihr Pannausen. Tschüs. Die Menschen rennen schon relativ lange in ihren Klamotten rum. Du kennst das selber, wenn man sich abends duscht, dann hat man immer vom T-Shirt-Abrief und so, hat man so Fussel im Bauchnabel. Ich hab nie so Fussel im Bauchnabel, ich find die Leute eklig wie das sind. Ja, ich hab das aber immer. Wenn ich du wäre, Joko, würde ich mir einen schönen Fussel-Fussel mixen lassen. Das ist dein Glas. Du sammelst die Fussel aus den Bauchnabeln der Menschen hier ein und machst sie da rein und dann gehen wir danach zusammen zur Bar und machen daraus einen schönen Cocktail. Klingt jetzt erstmal eklig. Wenn du den trinkst, darfst du derjenige sein, der diesem Drink sogar noch einen Namen gibt, weil wenn jemand als allererste Mal einen Drink geirrt hat. So, okay. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Ist das ekelhaft! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hast du Fussel im Bauchnabel? Oh mein Gott! Ja hier! Oh mal raus mal da rein! Oh! Guck mal! Noch eine, eine milde Gabe der Redaktion! Komm wir machen hier mal einen Drink fertig jetzt hier. Ja, okay. Hallo Francina! Guck mal hier, das ist ein Drink, den hat noch nie einer gemacht. Das ist ein Fussel-Fussel. Könntest du den so ein bisschen verzieren mit so einem Zuckerrand und irgendein leckeren Likör? Wir machen die Fussel mal kurz raus, weil du musst ja dann einmal rein tauchen, ne? Genau so. Magst du die Fussel mal da rein machen? Das ist ja dein Drink. Ich bin kein Unmensch, ne? Glaubst du wirklich, würde ich das jetzt so trinken lassen? Ja, ich hab nur ne Kirsche. So, das ist ja. Das ist nicht ganz so eklig, dachte ich mir. Boah, ist das wie nett. Oh, fuck. Oh, das ist wirklich widerlich. Ich kann dich schon wieder verlieren. Du hättest doch aufzukotzen, du musst das doch gar nicht trinken. Naja, das ist widerlich. Kann ich nicht. Tut mir leid, tut mir leid. Mallorca ist verloren gegangen. Ich kann's nicht trinken. Scheiß drauf! Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich du wäre, Weltmeister und Mallorca-Meister. Ungeschlagen, undefeated, Joko Winterscheid. Und damit, wir sagen Gott sei Dank, endlich ist die Scheiße vorbei zurück ins Studio.